Hallo liebe Leute, hier ist wieder mal euer Game Boyer. Ich weiß, es ist nicht so lange her, dass ich so ein Video gemacht habe, obwohl ihr es seht. Heute geht es aber um etwas anderes. Eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass es heute, Samstag, 26. Juli, wieder ein neues Projekt startet. Allerdings muss ich das zwei Wochen nach hinten verschieben. Ich wollte es eigentlich für euch machen, dass es für den Urlaub hochlandet. Ich fahre jetzt zwei Wochen weg. Das hält nie mit ein paar Leuten. Da kann ich schlecht aufnehmen. Eigentlich wollte ich für euch noch ein neues Projekt angefangen haben. Ich habe es zeitlich nicht geschafft, weil ich auch einen Ferienjob hatte. Bedeutet immer morgens früh aufgestanden, lang gearbeitet. Und dann fahre ich am Nachmittagsdurchschnittlich mit froh. Dass ich immerhin alle die Streams für diese zwei Wochen, die ich nicht da bin, schon hochgeladen habe. Oder besser gesagt gerade hochgeladen habe. Deswegen rauscht mein PC auch wieder mal so schön. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Das neue Projekt startet nicht heute, sondern dann in zwei Wochen oder so. Wahrscheinlich in zwei Wochen. Wahrscheinlich ein bisschen später als in zwei Wochen. Ich hoffe wahrscheinlich um den 8. rum zurück. Und wahrscheinlich fange ich dann so am 11. wieder mit dem Projekt an. Ja, der 11. wäre auch der richtige Tag dafür. Dann am 8. kommt noch ein Extreme Stunts. Am 10. dann auch. Und am 11. wäre das neue Projekt. Deswegen wahrscheinlich geht es dann am 11. los. Wie gesagt, Extreme Stunts ist für die zwei Wochen hochgeladen, die ich nicht da bin. Und ja, das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Vielleicht mache ich da bei Zeiten auch mal so ab und zu ein bisschen was. Wenn dann auch nach den zwei Wochen ein Boot laden würde. Es ist aber eigentlich eher unwahrscheinlich, dass ich da was drehen werde. Ja, das war es an sich auch schon. Und ich hoffe, dann nehmt es mir nicht übel, dass dieses Projekt jetzt doch nochmal zwei Wochen nach hinten verschoben werden muss. Weil ich halt nicht da bin. Also, vielen Dank für euer Verständnis. Und dazu sagt auch ihr hier nochmal, tut mir leid. Ja, also nochmal. Sorry, aber er lässt sich jetzt nichts machen, weil ich einfach viel zu kaputt habe. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich so in zwei Wochen wieder. Obwohl ihr mich ja trotzdem alle zwei Tage noch bei Extreme Stunts hören könnt. Ja, bis dahin sag ich ciao. Ja.